Daxpo Solutions hat in Baden den Trading Floor den Sommer komplett umgebaut. Zusammen mit der Firmen Avinig und Waytech haben wir ein flexibles Arbeitsplatzkonzept in den Trading Floor umgesetzt. Das ist insofern speziell, weil die Trader-Computer hoch personalisiert sind. Die Maschinen sind in einen speziellen Serverraum im Untergeschoss gebracht worden und mit Glasfasertechnologien in den Trading Floor verbunden worden. Wir hatten verschiedene Herausforderungen im Trading Floor. Zum einen waren die Hardwarekomponenten am Ende ihrem Leben und mussten sie mit neuen Hochleistungsrechnern umrüsten. Diese haben eine grosse Abwärmung und die ganze Wärmeemissionen wären gar nicht mehr im bestehenden Floor mit den Maschinen und den Leuten im gleichen Raum möglich gewesen. Das Zweite war, dass wir wachsen. Im Baden haben wir immer mehr Trader und versuchen verdichtet im Floor die Leute zu platzieren. Das ist aber gar nicht mehr möglich, wenn wir nicht ein Shared Desk oder ein flexibles Arbeitsplatzkonzept haben. Und der letzte Punkt ist, dass wir durch die Arbeitsweise, gerade in meinem Team, flexibel Möte sitzen können, dass verschiedene Rollen, verschiedene Leute individuell dort hinsetzen können, wo sie am besten mit einem Kollegen zusammenarbeiten können. Die Anwendung ist ein langjähriger IT Service Provider. Sie hat uns mit einem detaillierten und benutzergerechten Konzept überzeugt. Dort drin sind die Produkte der Firma Waytech drin gewesen. Die Waytech ist eine Firma, die sich weltweit auf Handelsarbeitsplätze spezialisiert hat. Die Anwendung und die Waytech zusammen mit unserem Facility Management haben im Untergeschranse den Serverraum aufgebaut. Wichtig ist, dass jeder Händler seine Maschine, obwohl er physisch nicht dran sitzt, automatisch findet. Über die Technologie tut sich der Händler über das Inline von seinem Keyboard einloggen und verbindet sich dann automatisch auf Maschinen im Serverraum, egal wo näher angesessen ist im Trading Floor. Wir wollen wissen, dass das ein recht kompliziertes Projekt war, weil wir das im laufenden Betrieb gemacht haben. Ich muss sich vorstellen, dass wir ganz kurzfristig Energie handeln und unsere Kraftwerk einsetzen und da kann ein Unterbruch nicht stattfinden. Wir haben das über ein Phasenkonzept geplant, wo blockweise Handelsarbeitsplätze umgestellt worden sind und insofern hat es wirklich super zusammen funktioniert, dass die jeweiligen Arbeiten im laufenden Betrieb umgesetzt worden sind. Die Waytech beeindruckt zum einen über die Kundenliste, wo sie Trading Floors und Kontrollräume weltweit ausrüstet. Das Waytech-Produkt ist auch einzigartig in dem Sinn auf dem Markt und hat genau das, was wir brauchen, genau die Probleme, die wir lösen wollten, für uns gelöst.